Du. Gut dich zu sehen. Dreckser. Oh Gott, okay. Gute Arbeit da draußen. Dank dir sind unsere Leute in Sicherheit. Und wir wissen viel mehr über unser Ziel als zuvor. Während du weg warst, haben wir eine Karte mit allen Hinweisen erstellt, die wir auf dem Kontinent gesammelt haben. Die Gelehrten glauben, dass sie schon bald wissen werden, wo sich der Zora Magda aus befindet. Bis dahin... Offenbar wurde ein Gelehrter von seiner Eskorte getrennt. Die Fünfte muss ihn suchen und für seine Sicherheit sorgen. Der Gelehrte wurde von seiner Eskorte getrennt, als er an der Herr Wildturm Ödnis Hinweise gesammelt hat. Er sollte doch da bleiben. Was macht der auch? Keine Ahnung. Naja, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hin, hm? Ja, so wie es aussieht. Wildturm Ödnis! So. Ökologische Forschung. Aber, aber wir können ja erstmal ein bisschen... Ach ne, wir gehen erstmal zur Forschung. Gucken, ob ich was da noch abgeben kann. Ah ne, das... Warte mal, warte mal. Nein, 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 nein. Forschung waren... Oh, wie war das jetzt? Du konntest noch... Ich konnte speziell Forschung machen. Quest-Info. Wie war das? Wunschliste, genau. Ah ne, das war die. Äh... Wie war das? Wann muss ich jetzt hier hin? Ich hol mir mal ein paar Side-Quests ab. Das ist immer gut. Untersuchungen. Beschäftigt mit der Jagd? Ja. Ah, ich hab wieder ein paar erledigt, automatisch schon. Lieferung. Abgeschaffen. Erfüllt. Beudezüge. Kritisch. Okay. Untersuchung. Kulu. Ja. Kann man noch mit... Westpoid? Ne, den hab ich noch nicht gesehen. Den Kuya-Kuh. So. Warte mal, da kann man noch mehrere Quests... Ach so, was fressen. Wir gehen erst mal in der Kantine wieder was essen. Ich geh erst mal gucken, was ich jetzt für lustige Sachen habe. Ja, ich guck auch keine meine Spiele. Event-Quests. Machen wir auch erst mal ein Event nebenbei. Kann ich doch noch nicht. War doch noch... War doch noch nicht hoch genug von... Ach so, ja. Hoch genug. Hier haben wir welche für fünf. Ich bin immer noch vier. Wir müssen fünf sein. Äh, verdammt. Okay, dann bin ich gescheit. Weil es nämlich neue... Neue Event-Quests sind. Die würde ich vorher machen, bevor wir jetzt eigentlich weitermachen. Aber gut. Wir müssen erst mal auf Stufe fünf zu kommen. Und dann können wir ein paar Events machen, so nebenbei, weißt du? Ja. Und so bis zu leveln, sammeln. Das ist ja eigentlich immer das Wichtigste. So, wir treffen uns so da oben, hä? Ja, so ist der Plan. Ja, wenn wir fassen. Genau. Ah. Ja, ja, ja. So, was haben wir denn neu hier? Rüstung... Äh, Waffen. Ich würde mal gerne einen Hammer. Was können wir bei dem Hammer noch machen? Äh. Ne, Hammer. Ich will eine Waffe selbst bauen. Ach so, das ist es ja. Waffen. Okay, mir fehlen noch... Zum Verbessern meines Schwerts fehlen mir noch einige Sachen. Kann ich nicht... Ah, doch. Den Knochenhammer. Hier fehlt die Entwicklung. Oder muss ich das erst mal verbessern? Was? Oh, das ist natürlich geil. Oh ja, das bekommst du, mein Freund. Das bekommst du. Mein Pallycut bekommt jetzt was richtig Schönes. Ja? Oh ja. Okay, aber diese... Naja, Panzerung... Nein. Hat auf jeden Fall eine schöne neue Waffe. So viel kann man ja schon mal sagen. So, netten. Luftschiff-Ingenieur. Die fünfte ist also angekommen. Warte doch mal, ich bin doch nicht da oben. Äh, ich bin... Warte doch mal, ich bin doch noch gar nicht da. Was willst du denn von mir? Ach so. Sei gegrüßt. Ich bin der Luftschiff-Ingenieur der zweiten Flotte. Ich arbeite an fliegenden Maschinen, Luftschiffen und so. Du bist sicher neugierig, warum noch kein Mitglied der dritten getroffen hast. Das liegt daran, dass sie seit Jahren gestrandet sind. Kurz nach der Ankunft der Gelehrten von der dritten bestanden sie darauf, die größte Schlucht zu überqueren. Also wurde ihr Schiff in ein Luftschiff verwandelt und los ging es. Die Überquerung der Schlucht lief gut, aber dann wurde ihr Luftschiff von einem fliegenden Monster angegriffen und stürzte ab. Natürlich war die ganze Aktion waghalsig, aber da ich ihnen den Flug ermöglicht habe, fühle ich mich zum Teil mitschuldig. Seit jenen Tag arbeite ich daran, ein besseres Luftschiff zu bauen. Eins, mit dem wir sie retten könnten. Aber wegen des ungemütlichen Wetters in der neuen Welt und der starken Winde in der Schlucht gab es immer wieder Rückschläge. Aber ich werde trotzdem nicht aufgeben. Das ist schön. Das war eine schöne Geschichte. Ich suche einfach gerade nach neuen Sidequests, die man mal so mitnehmen kann. Da haben wir da immer wieder ein paar kleine Sachen so. Fünfer, Bro. Also wenn du würdest, könnte ich mal einen Knochenknüppel 3 mitnehmen. Der macht 624 Angriff. Das ist ja nicht schlecht. Sag mal, Fünfer, Bro. Hey, wie bitte? Hast du mich mummeln gehört? Ja, der Koch hat gebeten, für ihren Zutaten zu besorgen. Aber ich muss doch noch so viel essen. Wow, meinst du das ernst? Du ziehst los und besorgst sie für mich? Viel Glück. Puh, danke. Du bist meine letzte Rettung. Wir Fünfer müssen einander helfen. Hier sind die Details. Viel Glück. Na, dann mach mal auf. Ich habe gerade schöne Sidequests bekommen. So, warte. Dann zeig mal her. Ja, ich komme mal hoch. Ich habe gerade zwei Sidequests eingesammelt, wo wir mal gucken können. Ja. Willst du den mal vor den Kopf haben? Ob du den mal vor den Kopf haben willst? Äh... Autsch? Aber mit dem bist du übelst langsam. Ja. Komm, Mietz, wir essen noch mal was schnell. So, neue Quests bekannt machen. Ja. Wir essen mal schnell. Okay. Okay. Hä? Was denn? Ich kann die Quests nicht... Annämen. Also ich kann nur... Kann jetzt nur meine Quests... Unheimliche Schatten im Sumpf. Kann ich jetzt weitermachen. Also ganz normal. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt... Spezielle Quest. Unheimliche Schatten im Sumpf. Hm, Quests. Warte mal. Guck erst mal. Nebenbei mit. Ah, Quests. Optionsquest. Ich habe alle abgestopfen. Stufe 3. Untersuchungen. Oh, da habe ich noch einiges offen. Untersuchungen kann ich gar nicht anwählen. Oh, da habe ich jetzt noch einiges offen. Ja, krass. Dann machen wir halt erst mal eine ganz normale Aufgabe. Dann gucken wir danach nochmal. Da können wir vielleicht Events machen, wenn wir Level 5 sind. Dann gucken wir mal. So, Quest akzeptiert. Entschuldigung, Jungs. Da ich mal ein bisschen schniffeln tue. Ja, ich muss wieder den üblichen Weg gehen, dass du mir dann erst danach wahrscheinlich beitreten kannst. Also... Aber wenn du zwischendurch kennst, hä? Ja, wahrscheinlich. Ne, dann muss ich auch erst mal noch machen. Warte. Noch nicht los, warte. Äh. Ist nicht so schlimm. Dann lass deine Sequenz. Ist ja keiner. Er muss eine Spielseite lassen haben. Dann, warte. Ich gehe auch jetzt schnell los. Äh. Ja, dann komm mal hier ins Lager. Ja, 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 ja. Warte, warte. Ich bin... Ja. Oh. Okay. Warum abschließen? Ich kann bis zu viel mit Spielern offen nehmen. Äh, das hatten wir schon mal. Okay. 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 Ja, eins von eins. Ja, okay. Schuh. Gegessen habe ich ja. Da habe ich wirklich mehr Ausdauer wieder. Und mehr Kampfkraft. Du vergisst das Essen. Nö, vergess dich nicht. So, was haben wir denn jetzt für eine Aufgabe? Ja. Da gehen wir doch auf die Spur suchen. So, geh los. Große. Ja. Bei mir gibt es nämlich jetzt gerade Essen. Oh, da hinten sind Dinos, die erst mal verdrechen. Da habe ich ein paar neue. Alter. Gucken wir mal, ob ich die alle verdrechen kann. Ja, bist du gerade durchgelatscht. Es wäre lustig, dich zu sehen. Das wäre ganz cool. Wenn du dich jetzt ingame siehst. Ja. Finde den verschwundenen Gelehrten. Ja, nö. Das suchen wir mal. Wo auch immer der hin ist. Ach, ich glaube da vorne. Da wird mir was angezeigt. Äh, was bist du denn? Sammlerpaliko. Äh. Äh, lol. Wie süß. Die sind voll süß. Äh. Hä? Oh, habe ich schon erledigt. Ah, cool. Ich habe jetzt einen neuen. Ah, wirklich neue. Pärchen, du ein faules Fleisch. Köder. Mhm. Komm, ich brauche was von denen. Ah, kriege ich nicht. Oder hole ich mal noch die anderen. Komm her, mein Kleiner. Das ist voll cool. Der Sammlerpaliko hängt gerade die ganze Zeit mit mir rum. Und äh. Alter, ich tue den auf. Ich tue mit den, mit. Oh, Alter. Ich kann mit den Knüppels dir sehr gut helfen. Ich tue die übelst klein betäuben und so einen Scheiß. Das ist immer gut. Betäuben ist immer gut. So, ich würde jetzt trotzdem gerne wissen. Wo dieser Vogel abgeblieb. Moment mal, was ist das da? Das ist wirklich eine gute. Warte, warte. Was ist mit den Spähkäfern los? Das freue ich mich auch. Wo sind die Fußspur hier? Ah, hier haben wir was. Weitige Spalten mit Dorn. Weitige Fußspuren. Ah, hier haben wir sie noch. Spur ist gelerbt. Da unten haben wir noch einen. Aber erst will ich den Dino noch erledigen. Alter, Schlammspuren. Okay. Super. Alter, mit den Streitkönnen macht es mir jetzt sogar Spaß. Also von denen kriegt man nicht so was Großes. Die hauen einfach nur ab. Okay, guck mal, wo wir weiter fündig werden hier. Dein. Okay, mein Objektbeutel ist voll. Alles klar. Aber irgendwie scheine ich, die Spuren aus der Acht gelassen zu haben. Beziehungsweise nicht mehr aufzufinden gerade. Wo sind die Spuren hin? Hmm, Kadaver. Wir sind nicht nur den auf der Spur, sondern es ist noch irgendwas anderes. Ja, aber die Spur ist gerade weg. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Hier waren wir ja erst. Ein Buch. Ah, Knochenhaufen. Knochenhaufen ist immer gut. Vor allem, wenn man ein Schwert hat, das Knochen braucht. Warum steht bei mir jetzt die ganze Zeit, dass du Monster Hunter World spielst? Das finde ich gerade echt uncool. Ah, hier war was. Hä? Die irritieren mich jetzt so ein bisschen. Zwei Mal, was? Ja, ja. Hier war ich doch schon. Okay. Da haben wir wieder das da. Das Paliko reagiert. Das sind die Viecher. Hier ist einfach nur Moos. Oh, oh. Oh! Du, hast dich auch. Fisch, Alter. Das ist uncool. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht finden. Oh, oh, oh. Ich habe gerade unser Viecher von eben wieder gefunden. Ach so, viel Spaß. Ja, das bin ich gekonnt ausgewichen. Ja, das bin ich gekonnt ausgewichen. Das hat mich nicht mitgekommen. Ich bin gerade beim Ausheuten wieder. Hier, Fische haben mich gerade im Wasser überrascht. Oh, Fußspuren. Oh, Alter. Irgendwas ist... Alter, gespaltener Dorn. Da hinten läuft hier so Steinvieh. Aber gut. Ich bin von denen noch etwas entfernt. Der dürfte mich jetzt nicht finden. Alter, warum... Ich muss das mal ausstellen. Das nervt ja brutal. Bei mir hörst du die ganze Zeit, dass du... immer wieder neu, dass du Monster Hunter World spielst. Oh. Alter. Okay, ihn habe ich. So, mal ein bisschen... Ein bisschen looten hier. So. So, wo müssen wir jetzt lang? Das ist die Frage aller Fragen. Mal auf der Karte gucken. Alter, da ist wieder unser Baro-Mov. Den möchte ich nicht unbedingt begegnen. Alter, ich brauche dringend eine Fakio-Scheiß-Hilfe, Mann, Alter. Wo denn? Beendet. Finde den Scheiß-Forscher und komme zu mir, Alter. Äh, ich weiß nicht, wo dieser Scheiß-Forscher ist. Äh, dann suche den weiter, du Drecksack, Alter. Äh. Ähm. Alja. Alja. Wo ist der denn? Sag mir doch einfach, wo der ist. Dann kann ich da hin. Du suchst den doch automatisch, oder nicht? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe keine Ahnung. Ich stehe gerade irgendwo mitten in der Gegend und freue mich. Und der Sammler Paliko, der hilft, ja, keine Ahnung. Der hilft mir auch viel, den ich da gefunden habe. Ah, jetzt habe ich das Buch gefunden, was du gefunden hattest. Ja, und da weiter. Jawohl. Jetzt haben wir es. Komm schon, komm schon. Da geht es weiter, da geht es weiter. Jetzt zeigt er mir nämlich endlich an, wo ich hin muss. Dass du es immer so eilig hast. Wie geht, Alja. Ich muss den irgendwie aus dem Wasser rauskriegen. Ich habe so die Befürchtung, dass ich gleich bei dir bin. Sieht aus wie ein... Ein Barot? Wow. Ein neues Welt. Amazing, ain't it? напис ein Mensch. Das ist ein Mal. Wichtig ist nicht. Ein Schuss. Irgendwann. Es ist nicht. Ich habe so die Befürchtung. Das ist nicht. Get to your boats, now! No way.